Wir sind heute für euch in Frankreich, in Marseille, in dem quartier Fré-Vélin. Wir sind hier mit Omar, er wird uns heute seine Gegend zeigen und ich würde mal sagen, wir gehen einfach direkt rein, oder? Bienvenue in Fré-Vélin, wir werden euch die Stadt zeigen, wir werden euch das quartier zeigen. Wir haben hier ein ganzes Quartier, hier ist der Flur, hier ist der Flur, wo es die Drogen gibt. Das ist der Punkt der Stadt, wir beginnen hier. Hier ist, glaube ich, der Eingang zum Vötel. Wir sehen uns noch an den ganzen Mülltonen, die den Weg ein bisschen verstanden haben. Und ich will da das erste mal. Hier ist kein Bild, es ist nichts mehr. Wir müssen auf den Flur, wir werden rausnehmen. Die Flur ist ein Problem, es ist der Flur und der Flur. Es ist ein Problem, damit wir das Flur wieder in den Flur. Hier ist der Flur. Hier ist der Flur. Hier ist der Flur. Wir werden alles parkunden hier am Start, hier sieht man ganz gut, dass es durch die Wand alles die Leute in Sicherheit sind, wir kaufen und wir wollen den Trick Trayvallon. Hallo! Flucht ist. Flucht ist das Teufel. Flucht ist das Teufel. Flucht ist das Teufel. Dort ist das Teufel. Das ist die Stadt groß, wir gehen. Wir gehen, 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 weil es großartig ist. Das ist der Gymnasium. Wir haben hier gespielt von dem Footen. Hier ist der Gymnasium, ruhig. Man machte eine Boxe, aber die Boxe. Die Boxe ist der Football. Das ist die Schule. Das ist die Schule. Das ist die Schule der Kinder. Es ist leider ein bisschen schwer, sich mit den ganzen Leuten hier zu unterhalten. Aber wir probieren ein bisschen mit einem Mix zwischen Deutsch und Englisch, um mit Hand und Fuß alles euch so gut wie möglich zu erklären. Aber ja, verzeiht uns ein bisschen das mit der Sprache, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt gehen wir rein ins Viertel. Wir probieren euch so viel möglich zu zeigen. Ein paar Dinge können wir natürlich aus Rücksicht für die Leute hier nicht zeigen, weil die ein bisschen gefährdet sind wegen Polizei und alles Mögliche. Aber wir probieren euch so gut wie möglich alles zu zeigen. Ich bin hier. 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 Ich bin hier, in diesem Park. Ich habe meine Leben hier. Wir werden versuchen, die mit den Projekten zu verlassen. Aber ich bin hier. Hier. Das war meine Fenster. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier, wir spielen im Fußball. Hier haben wir zwei gegen zwei. Wir spielen im Ballon. Wir haben Cabrera, die 17 Ligne. Hier sind wir das Spiel. Wir haben viel, viel Fußball gespielt. Man sieht hier ganz gut, dass die ganzen Gebäude hier alle so herum aufgebaut sind. Dass es wie praktisch in der Mitte so einen Platz gibt, wo die alle ihre Sachen machen können und von außen alles abgeriegelt ist. Und die dadurch sozusagen ein bisschen deren Sicherheit hier drin haben und sich deren ganzen Leben komplett hier drin abspielt. Und hier. Wir gehen nach der L. Die L ist für den Sport. Okay. Hallo. 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 Mama ist hier im Viertel aufgewachsen und lebt sein ganzes Leben hier. Er rappt, er macht Musik. Ich werde seine Lieder verlinken. Ja, wir laufen ein bisschen weiter. Er zeigt uns das Viertel. Hier ist die Schule. Hier ist glaube ich die Schule. Hier ist die Schule von denen. Wo die ganzen Leute hier aus der Gegend hingehen. Und hier hat sie alles aufgewachsen. Ja, wir fahren. Das ist eine große Sache. Wo die ganze 300 Kilometer. Was ich in der Arbeit? Das ist die Schule? Das ist die Schrift. Ich glaube das. Das ist die Schule. Das ist die Schule. Daher ist das, die Schule. Das ist ein Musikstudio. Ah, hier ist ein Musikstudio, wo die ganzen Rapper hier aus dem Viertel ihre Lieder aufnehmen. Ist jemand da drin? Ja, mein Freund kommt mit der Klee. Wenn ich in Louvre komme, gehen wir rein. Okay, okay. Das ist ein Musikstudio. Das ist ein Musikstudio. Und das war früher, das war der Klee. Das war der Klee. Das war der Klee. Und das war der Klee. Das war der Klee. Das war der Klee. Hier. Jetzt ist es hier. Ah, die hatten hier früher ihren Coffeeshop, wo die ganzen Kunden hingekommen sind und die ihre Drogen verkauft haben. Jetzt ist es auf der anderen Seite. Die sind einfach umgezogen, ich glaube, weil die ab und zu wechseln müssen wegen Polizei. Das war der Klee. Das ist ein kleines Ort. Das ist dein kleines Ort. Das ist ein kleines Ort. Das ist ein kleines Ort. Faceits Lecker aus dem Kalimau. Das ist ein kleines Ort. Das ist ein kleines Ort. Das ist ein pacher insightreiter. Du musst разб Das ist ein kleines Ort mehr. Das ist ein kleines Ort mehr. Das ist bei einem Lauf. Das ist ein kleines Ort. Das ist ein kleines Ort. Das ist Film utiliz kriegt. Wir sind hier im Treff, wir chillen hier den ganzen Tag. Hier an der Wand haben die auch ganz normal wie in jedem anderen Bezirk nichts gehört, nichts gesehen, nichts gesagt. Hier sind die ganzen Jungs aus dem Viertel und deren kleine Bar. Gute Kokaina hier am Schlaf. Wenn ihr Masai Kokaina braucht, kommt ihr hin. Hier? Hier? Nein, wir haben hier einen Fitnesspark, wo die ein bisschen Sport machen. Die sind da. Wir gehen jetzt kurz ins Musikstudio rein. Hier drin ist das Musikstudio, wir gehen gleich mal ein bisschen rein und zeigen was man uns zeigen kann. Wir haben hier deren Aufrämeraum, deren Mikrofon, alles in der Zeit, deren Beruf hier, deren Musik aufnehmen. Das ist die Studio von Poneglyph. Poneglyph ist die Struktur der Musik. Ja, ja. Du machst hier deine Musik? Ja, ja. Ich und mein Freund. Und seine Jungs nehmen alle hier auf. Die ganzen Jungs, die aus dem Viertel sind, nehmen deren Videos hier auf. In der Kabine. Sehr gut. Sehr gut. Deren Mikro. Schön mit Beats hier am Start. Können hier aufnehmen. Haben hier deren Producer. Haben hier eine Ecke, wo die chillen, wo die mit ihren Jungs sind. Bestimmt, die machen sich hier miese Abende. Ja, ja, ja. Und noch ein kleiner Raum, wo die einfach hier chillen, während die anderen da Musik aufnehmen. Chillen die hier, die haben deren Sachen. Alles am Start. GTA. GTA, Spiele, alles was sie wollen. Deren Kühlschrank. Einfach alles was sie wollen. Hast du deine Musik hier? Ja. Kannst du deine Musik zeigen? Ja. Willst du die Artisten ein bisschen hören? Oh, gute Scheiße. Ja. Scheiße, Mann. Das ist ein guter. Gucci�. Gucci�, muss man supersste. Gucci�. Das ist ein... Gucci�. Ja, Gucci�. Gucci�. Guccol. Ich schaue die Artistenz. What the title went aus? Gucci�. Gucci�. Ja. Okay. Willst du mir das? Tja. Arrêtez du dir dein Travail. Fizons mein Travail. Ich brauche den Job. Hey, Mann. Warte. Ich will nicht sagen, ich will nicht realisieren. Yo, Leute. Wir mussten den Dreh leider gerade vorhin abbrechen. Wir sind jetzt aber wieder auf dem Weg nach Fray-Velland. Und dann wird der zweite Teil unseres Videos kommen. Hier sind wir in unserer Gegend. Und jetzt geht's nach Fray-Velland. Wir laufen hier gerade durch die nördlichen Viertel von Marseille. Cartier Nord heißt es hier. Hier sind die ganzen Baulieus, die ganzen Ghettos. Hier passiert eigentlich so alles in Marseille. Leider können wir nicht alles filmen, weil hier momentan in Marseille sehr viel passiert. Hier sind sehr viele Schießereien gerade und auch sehr, sehr viel Polizei. Deswegen müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen auf das, was wir filmen und wen wir filmen. Yo, Leute. Wir sind jetzt wieder in Fray-Velland. Wie ihr sehen könnt, ist das komplette Viertel abgesperrt mit Mülltonnen, damit die Jungs hier ihre Geschäfte in Ruhe machen können. Da vorne ist die Straße. Da könnt ihr sehen, dass schon eine Mülltonne steht. Die wird immer weggeschoben und wieder aufgemacht, falls jemand reinkommt, den die kennen. Da an der Ecke sitzt ein Typ, den nennen die hier Schuf. Der guckt und guckt, ob Polizei kommt oder irgendwelche Leute, die die nicht kennen. Und falls niemand da ist, winkt der alle rein. Hier, wenn du die Kamera einmal drehst, könnt ihr sehen, dass hier auch Mülltonnen sind als Versperrung. Die immer zugezogen werden können, falls jemand kommt oder falls keiner da ist, werden die aufgemacht, wenn jemand kommt, den die kennen. Jetzt nehmen wir euch einfach mal mit rein in den Block und zeigen euch, was da so abgeht. Die haben eine mühsige Heimwege am Start. Einmal direkt durch deren Lok. Willkommen. 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 Ich hoffe, man kann hier alles sehen, weil es ein bisschen dunkel ist. Pass mal auf, wenn du tritzt. Riecht dir ehrlich gesagt alles ein bisschen nach Pisse und ist extrem dreckig. Hier ist irgendein Typ, der gerade mies am Essen ist. Komm runter. Jetzt kannst du den Sachen fällen. Pass auf, pass auf, Bruder. Zeig ihnen die ganzen Sachen. Hier haben die deren ganzen Drogen, deren ganzen Zeug verpackt. Der Typ wartet hier bis ein Kunde kommt und macht ihn dann schnell. Zeig auch da diese Blumpen und so. Das ist eine gute Idee. Das ist die 30 Tonne. Die 50 Tonne. Das ist die Zucht. Kokain, sehr gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir laufen jetzt an einem Platz, wo wir ein bisschen mehr Licht haben, um noch Omar ein paar Fragen zu stellen. Als allererstes wollte ich nochmal sagen, bevor wir mit den Fragen fortfahren, unser Bruder Omar macht Musik. Er rappt. Ich werde seine ganzen Lieder unten in der Bio verlinken, die könnt ihr euch anschauen. Bruder, wie funktioniert das hier in deiner Gegend, in deinem Viertel? Wie machen die Leute ihr Geld? Gibt es eine Person, die hier irgendwas zu sagen hat? Die macht jeder sein eigenes Ding oder arbeiten die alle zusammen? Wir sind eigentlich eine Organisation. Nicht jeder, der das, wie er will. Es gibt jemanden überall und jeder hat seinen Arbeit. Du siehst, wie du siehst, die sie hier sind, 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 die sie hier sind. Es gibt auch jemanden, der sich daran beschäftigt. Es gibt auch der Gäste, der der große Gäste hier. Der Gäste ist eine Struktur. Es ist nicht ein großer Gäste, der kommt und kommt in die Stadt, wie er es will. Es ist eine Struktur und es gibt jemanden, der sich alles zu entscheiden. Und jeder hat seinen Rolle. Es ist ein System pyramidal. Bruder, wenn du hier aufwächst und hier dein Geld verdienen willst und du ganz unten anfängst, wie kommst du nach oben? Wie machst du dein Geld? Wie funktioniert das? Wie kommst du hier nach oben, Bruder? Das braucht man. Es geht so. Du hast du aufwächst und du kannst du bei der Truly, du Shopping. Du hast du aufwächst und du wächst und du deinen Geld. Oder vielleicht weil uns alles in der Zukunft und du abwächst und du wächst. Du hast du bei der Geren gelegt. Es geht so. Das反映gt. Dann gibt es die Grund. Aber die Grund ist die Grund, wenn du bei der Gäste hier musst, du wächst und du wächst. Oder manchmal gibt es jemanden, und wir werden ihnen fragen, dass sie etwas nicht für sie machen. Sie müssen zum Beispiel einen Schiit suchen, in Spanien. Du wirst progressieren. Sonst geht es weiter. Ich habe gehört, dass in Marseille sehr viele Unruhen deswegen waren und sehr viele Randalen und alles mögliche. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du irgendwas davon mitgekriegt hast, was hier genau passiert ist. Ja, ja, wie überall. Ja, 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 es gab die Zeme, es gab die Bordel hier, aber auch in der Stadt. Wir sind nach der Zentrum der Stadt Marseille, und ja, wir haben uns geholfen. Denn es hätte kein Problem sein können, es hätte kein Problem sein können. Ich weiß wirklich, dass es nicht Marseille war, es war in Paris. Wir haben es gesehen, wie wir es waren. Bruder, ich wollte dir noch eine letzte Frage stellen. Und zwar hört man ja sehr oft, dass hier in Frankreich oder generell in Marseille sehr oft geschossen wird. Man sagt ja auch, die Gitarre von Marseille ist eine AK. Deswegen, ich wollte dich fragen, ob es in der Gegend Geschichten gab, die du vielleicht mit angesehen hast, wo Leute geschossen haben, ob es Schießereien gab oder ob du sowas in der Art schon mal in deinem Leben gesehen hast und ob du uns dazu noch vielleicht eine kleine Geschichte erzählen könntest. Die Geschichte der Füsiade, die Geschichte der Füsiade, die Geschichte der Füsiade, ja. Wir haben einen Kollegen, wir haben Menschen, die in den Füsiade sind. Und dann haben wir uns nicht mehr darüber gesprochen. Aber es gibt viele Füsiade, es gibt ein paar Kollegen, die in den Kaffee endet, und es sind auch die Geschichte der Füsiade. Das würde ich sagen, dass wir nicht viel darüber sprechen. Das würde ich sagen. Okay, Bruder, dann danke ich dir auf jeden Fall. Hört alle seine Musik an. Ich verlinke seinen Kanal, seine Musik, seine Links. Geht alle rüber, hört euch das an und bald wird vielleicht etwas kommen von Berlin nach Marseille. Da ist wir gehen und alles. Ja, wir gehen noch einmal nach Marseille. Wir machen die ganzeliga-end bis zum Beispiel. Jägen-Bohsehkirche, los haben wir 1992 nach Marseille. Lägen-Bohsehkirche und den Kremilchen nach Marseille. 4-Undal.